Im Spätsommer 1949 rückte der Rosenheimer Traberhof ins Blickfeld der Öffentlichkeit. Bis zu 30.000 Menschen drängten hier täglich zu Bruno Gröning. Die Zeitungsmeldungen überschlugen sich. Von aufsehenerregenden Heilungen war die Rede. Und der Andrang der Kranken wurde immer größer. Bruno Gröning wurde am 30. Mai 1906 in Danzig geboren. Schon während seiner Kindheit und Jugend geschahen ungewöhnliche Heilungen. Aus den 1930er Jahren liegen bereits erste Zeitzeugenberichte vor über Heilungen von Krebs, Diphtherie, Blindheit, Taubheit und Lähmungen. Bekannt wurde Bruno Gröning im Frühjahr 1949 durch die Heilung eines an progressiver Muskeldystrophie erkrankten neunjährigen Jungen in Herford. Die Eltern machten die Heilung publik und schon bald strömten hunderte Kranke in das kleine westfälische Städtchen. Die Zeitungsmeldungen überschlugen sich. Von weiteren aufsehenerregenden Heilungen war die Rede. Und der Andrang der Kranken wurde immer größer. Keiner sprach mit den anderen. Alles war stumm und still. Keiner sagte was. Und als er auf den Balkon kam, dann hat er gesagt, steht auf ihr Gelehmten, ihr könnt gehen. Und dann sind sie aufgestanden. Wenn sie dann gesehen haben, dass die Leute dann aufstanden, wenn Gröning mit ihnen gesprochen hatte, oder nur, dass er oben stand und wenn er dann sagte, jetzt stehen sie auf und die Leute standen auf, dann kann man solchen Menschen nicht mehr als Scharlatan betrachten. Wie Strom ging das vom Fuß an. Dribbelig und Fuß bis Korb, den ganzen Korb, bis in den Kopf hinein. Und dann kurz war das aber nur, bis in den Kopf, wie weggeblasen. Fort war es. Das war so was Eigenartiges. Da fühlte ich mich ganz freier und leichter. Dass ich gesund aus dem Kriege nach Hause kam, war nicht so freilich, als wie in diesem Moment. Dass dies möglich sein konnte, haben wir nicht gedacht. Im Sommer 1949 befasste sich auch die Wissenschaft mit dem Phänomen Gröning. In Zusammenarbeit mit der Heidelberger Universitätsklinik sollte die Heilmethode Grönings erforscht werden. Auch hier wurden Heilungen festgestellt. Von beachtlichen, zum Teil sogar aufsehenerregenden Ergebnissen war die Rede. Am beeindruckendsten war wohl der Fall Strobel. Seit Jahren litt er an der Bechterewschen Krankheit. Völlige Versteifung der Wirbelsäule und starke Schmerzen waren die Folge. Innerhalb kürzester Zeit war er schmerzfrei und konnte sich wieder frei bewegen. Als Ergebnis hielten die Wissenschaftler fest, Bruno Gröning ist kein Scharlatan, kein Hypnotiseur, kein Wunderdoktor, sondern ein begabter, nicht ärztlicher Psychotherapeut. Im Spätsommer 1949 rückte der Rosenheimer Traberhof ins Blickfeld der Öffentlichkeit. Bis zu 30.000 Menschen drängten hier täglich zu Bruno Gröning und erhofften sich von ihm Hilfe und Heilung. Ich hatte eine gelähmte Hand. Ich konnte den Löffel nicht mehr zum Mund führen. Und diese gelähmte Hand wurde zwar behandelt, wir haben alles gemacht, was möglich war, aber sie war immer noch gelähmt. Bruno Gröning sprach nur zu den Kranken. Er behandelte sie nicht, sondern forderte sie auf, nicht mehr an ihre Krankheiten zu denken und stattdessen in ihren Körper hineinzuhorchen. Er schaute mich nur an und habe ihm die Hand gezeigt und dann, ich weiß, ich war da Tisch oder so was, auf jeden Fall. Ich hatte die Hand so und auf einmal, die Finger haben getrommelvoll, trommelvoll gemacht. Eine ganze Weile. Und in dem Augenblick war die Lehmung verschwunden. Es ging binnen einer halben Stunde. Als wir in der Nähe des Traberhofs kamen, mit einmal, Hosianna, Hosianna, Hosianna. Ich habe das heute noch im Ohr. Das war erschütternd. Und was war geschehen? Es war eine ältere Dame, das war die Großmutter, die hatte ihren Enkel dort. Und der war gelähmt. Den hat sie spazieren gefahren in einem Wagen. Und der stand plötzlich auf und ging. Was ich gesehen habe, das waren die Rollstuhlfahrer. Und da ist also eine ziemlich große Anzahl, ich weiß nicht mehr, wie viele es waren, tatsächlich der Aufforderung Grönings gefolgt. Und sind aus den Rollstuhl aufgestanden und haben den Rollstuhl selbst geschoben. Das habe ich gesehen. Doch es gab nicht nur Befürworter Grönings. Schon in Herford hatte man ihm vorgeworfen, er übe eine Heiltätigkeit aus und verstoße gegen das Heilpraktikergesetz. 1951 wurde er unter dem gleichen Vorwurf sogar angeklagt. Im Jahr darauf aber freigesprochen. Man hätte ihn nicht verbieten brauchen. Das war auch gar kein Anlass. Und der Ministerpräsident Ehard selber hat gesagt, man muss ihn wirken lassen. Natürlich muss das in geordnete Bahnen gebracht werden. Aber das Gesetz war eigentlich nicht so, dass es, also ich kann das jetzt als Nichtjurist gar nicht beurteilen, aber an dem hatte ich nie irgendeinen Anstoß gesehen. 1955 erhob die Münchner Staatsanwaltschaft erneut Anklage. In einem mühevollen Weg durch die Instanzen zog sich der Prozess über mehrere Jahre hin. Erst als Gröning im Januar 1959 in Paris starb, wurde der Prozess eingestellt. Ein endgültiges Urteil wurde nie gesprochen. Gröning hatte immer wieder betont, dass nicht er heilt, sondern Gott. Gott ist der größte Arzt. Es gibt kein Unheilbar, sind Kernaussagen seiner Lehre. Sein Selbstverständnis drückte er folgendermaßen aus. Ich will für die Menschen nur ein Wegweiser sein, indem ich den Menschen den richtigen Weg zeige, den Weg zum Herrgott. Ich will Menschen wieder zum Glauben zurückführen. Ich frage keinen Menschen nach Religion und Nation. Mensch ist Mensch. Da gibt es keinen Unterschied. Und sagen Sie bitte niemals, dass ich Sie geheilt habe. Nein. Ich bin nur ein kleiner Vermittler, mehr nicht. Ein winziger Transformator. Wem die Hilfe zuteil geworden ist, der soll dem Herrgott dafür danken. Ich bin nichts, unser Herrgott ist alles. Wem die Hilfe zuteil geworden ist, der soll. Untertitelung des ZDF, 2020